Moment mal, willst du mir jetzt erklären, Claudia Roth, die ein fünfstelliges Gehalt im Monat bezieht, klagt Künstler an, die Karikaturen machen über sie, verliert vor Gericht und trägt noch nicht mal die Gerichtskosten selbst? Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und was ich hier gerade gelesen habe, das ist wirklich mal wieder ein handfester Skandal, in den mehrere verschiedene Parteien verwickelt sind. Das Interessante ist ja, dass man als Kulturstaatsministerin natürlich auch verantwortlich ist für nicht nur die kulturellen Belange eines Landes, sondern natürlich setzt man sich auch für alle möglichen demokratischen Belange ein, beispielsweise gegen Gewalt und Hass im Netz. Jetzt ist es ja so, dass Claudia Roth leider, muss man sagen, auch immer wieder selbst Opfer von Hass und Gewalt im Netz ist. Und da denke ich mir auch immer, es macht keinen Sinn, Politiker zu beleidigen, denn diese können sich auch vor Gericht wehren. Ich habe es gerade eben erst gelesen, dass wieder Habeck, glaube ich, jemand verklagt hat, der ihn Idioten genannt hat. Und egal wie klein auch ein Twitter-Account sein mag und wie niedrig seine Reichweite sein mag, wer eben Politiker persönlich beleidigt, kann auch vor Gericht dafür belangt werden. Jetzt gibt es natürlich viele Leute neben Politikern, die nicht so viel Geld verdienen, wie beispielsweise eine Kulturstaatsministerin. Und für diese Leute gibt es eben eine gemeinnützige GmbH namens Hate Aid. So, und diese Hate Aid sagt über sich selbst, ihr könnt das selber hier auch mal nachlesen, wir stärken die Demokratie im digitalen Raum, wir treten an, um die digitale Vielfalt für alle zu einem positiven Ort zu machen. Also eigentlich ein super Ziel, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Religion und vielem mehr. Offenbar auch Einkommen. Dafür festigen wir und immer zuallererst demokratische Grundwerte. Finde ich ebenfalls super. Also eigentlich eine tolle Sache. Leute, die sich beispielsweise krimineller Gewalt und Hass im Internet ausgesetzt sind, die aber selbst nicht über die finanziellen Mittel verfügen, beispielsweise um da zivilrechtlich vorgehen zu können. Weil mit Anzeigen bei der Polizei, wissen wir ja selber, sehr oft dauert das eine Ewigkeit, bis da irgendwas passiert. Und da denken sich dann Leute ja, bevor ich zivilrechtlich irgendwie tätig werde und mir das nicht leisten kann, lass ich's lieber. So, und jetzt ist es so, diese Hate Aid GmbH, wir können auch mal kurz hier reinschauen, wie die sich so finanzieren, ist ja immer gar nicht so unwichtig. Hier sieht man beispielsweise, also einerseits Spenden kann man hier, aber es gibt auch, schaut mal hier im Rahmen des Demokratie-Leben-Projektes, das ist ja das, was vom Bundesministerium und Entwicklungsministerium auch noch gefördert wird. Da gibt es ja auch solche Amadeo-Antonio-Stiftungen und zahlreiche andere Projekte, die eben hier regelmäßig Spenden und Zuwendungen erhalten. Ebenso sieht man hier auch in diesem Fall gefördert durch das Bundesministerium für Justiz. Dann gibt es auch noch jede Menge andere private Stiftungen und Förderung. Das Ganze kulminiert sich hier zu einer Mittelherkunft 2022 von 2,8 Millionen Euro. Das meiste aus Privatförderung, wie ihr seht, aber die öffentlichen Förderungen, eben durch Demokratie-Leben und durch das Justizministerium, sind immerhin auch über eine Million Euro, die das hier beziehen. Jetzt muss man wiederum sagen, wer wiederum finanziert das Justizministerium und das Familienministerium? Richtig, ihr, meine lieben Damen und Herren, die deutschen Steuerzahler. Und das ist gleich relevant, wenn wir nämlich jetzt ums Eingemachte reden. Sorry, dass ich diese Einleitung hier bringen musste, aber es ist wichtig, den Kontext hier noch zu verstehen. Nämlich gibt es tatsächlich eine Zusammenarbeit auch mit HateAid und Claudia Roth. Beispielsweise hier in einem Präzedenzfall gegen Hass. Hier steht es, Lücke geschlossen. Und zwar ging es wohl hier dabei darum, dass jemand von einem Diensthandy aus über seinen Twitter-Account eben eine Hassbotschaft in Richtung Claudia Roth abgesendet hat und diese Person dann aber angegeben hat, ja, das war nicht ich, sondern das war eben auf Arbeit mein Diensthandy. Da war ich noch eingeloggt mit meinem Twitter-Account und ich war das ja gar nicht, ja. Und ihr könnt mir jetzt gar nicht nachweisen, dass ich das selber abgetippt habe und deswegen bin ich ja nicht schuld. So, und hier hat jetzt das Gericht aber geurteilt. Und nein, das ist nur eine kleine Ausrede, wenn wir ehrlich sind, muss man auch sagen, eine kleine Ausrede ist das wirklich, ja. Weil man ist selber verantwortlich für die Nachrichten, die vom eigenen Handy ausgesendet werden. In einem wirklichen Ernstfall, wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, man verliert sein Handy in der U-Bahn, dann auf einmal hat man auf magische Art und Weise die Tastensperre oder irgendetwas anderes nicht wirklich aktiviert, so, dass dann tatsächlich jemand Zugriff auf dein gesamtes soziales Netzwerk hat, anfängt irgendwelche völlig absurden Dinge und Theorien zu posten und Beleidigungen. In so einem Fall würde das wahrscheinlich nochmal anders geurteilt werden, wenn man tatsächlich auch nachweisen kann und belegen kann, hey, pass mal auf, ich hatte dieses Handy in diesem Moment gar nicht mehr und ich hatte auch keinen Zugriff. Und obwohl ich alles unternommen habe, um danach meine Accounts zu deaktivieren bzw. ein neues Passwort einzurichten, ach, was labere ich hier eigentlich rum? Kommen wir wieder zurück zum Thema. Fakt ist, dass es hier wohl nicht mehr nur um diesen Fall ging, denn jetzt habe ich nämlich in einem weiteren Bericht hier gelesen bei auf1.info, dass die Kulturministerin wohl auch tätig geworden ist gegen einen Künstler, der Karikaturen über sie gezeichnet hat. Leider, leider kann man aber in diesem Bericht nirgends den entsprechenden Künstler und seine Karikaturen mal einsehen. Das würde ich nämlich sehr gerne, weil ich würde nämlich gerne wissen, welchen Künstler unsere Kulturministerin denn verklagt aufgrund von Karikaturen. Ich meine, wo wir doch wissen, dass Claudia Roth sonst bei all den ganzen Karikaturen, die zum Beispiel auch mit antisemitischer Herkunft und so weiter damals auf dieser Republika oder auf dieser Künstlermesse und so weiter veröffentlicht wurden, wo sie scheinbar ja gesagt hat immer wieder, naja, das ist ja die Künstlerfreiheit und das muss man akzeptieren und so, das war ja unter anderem dann auch die heftige Reaktion, die damals die Kulturministerin auf dem Eurovision Song Contest geerntet hat, wo sie massiv von den Teilnehmern von der Bühne geboot wurde, weil die das nämlich ein bisschen anders gesehen haben. Aber hier hat sich ja Claudia Roth offenbar sehr stark für die Meinungsfreiheit und so eingesetzt. Aber vielleicht hat sie das jetzt hier in diesem Fall als eine Art Majestätsbeleidigung empfunden. Und das Interessante ist jetzt, dass sie also vor Gericht verloren hat und dementsprechend auch die Kosten zu tragen hatte von dem Künstler, den sie da wohl hier verklagt hat. Ich sage jetzt die ganze Zeit wohl, weil ich leider nirgendwo den Künstler tatsächlich einsehen kann und nachprüfen konnte, ob das hier tatsächlich so zugetragen ist oder zugetragen oder so passiert ist. So, und dann hat jedenfalls laut diesem Bericht der Künstler auf einmal festgestellt, dass die Rechnung aber nicht durch Claudia Roth beglichen wurde, sondern, ihr werdet es wahrscheinlich schon erraten, durch eben jene Hate Aid AG oder GmbH. Und jetzt stelle ich mir die Frage, wie passt das denn in irgendeiner Art und Weise noch zusammen? Also einerseits denke ich mir doch, bei so einer GmbH, Gemeinnützigkeit und so weiter, man will doch Leute fördern, die sich sowas nicht leisten können selbst oder nicht. Also wenn ein Politiker, der ein hohes Gehalt bezieht und dann auch noch vor Gericht verliert, also ich meine, da muss man sich doch als Politiker erstens schon mal die Frage stellen, selbst wenn ich zu Unrecht ein Opfer bin, also selbst wenn ich Recht bekomme vor Gericht, würde ich doch eigentlich nicht das Ausnutzen, diesen Verein und mir doch eigentlich sagen, also ich jetzt an meiner Stelle, würde eigentlich sagen, hey, für mich ist das selbstverständlich, dass ich das trotzdem selber trage, außer es nimmt natürlich eine Dimension an irgendwann, wo ich das nicht mehr stemmen kann. Aber diese GmbH ist doch eher für Leute gedacht, die nicht so wie ich die Möglichkeit und die Mittel haben, sich zu wehren oder nicht. Aber wenn ich sogar vor Gericht verliere und es dann noch nicht mal einsehe, dass ich im Unrecht war, dann auch noch wiederum zurückzugreifen auf diese Steuermittel und dann noch als Hate Aid das zu fördern, da denke ich mir so, ne Leute, also wirklich, das kann ja wirklich nicht wahr sein. Von daher, von meiner Seite aus mal die Frage in den Raum geworfen, ist das wirklich auch Zweck der GmbH, dass man Politiker, die vor Gericht verlieren, also im Unrecht waren, dass man die sich hier auch unterstützt mit Steuermitteln, obwohl die Politiker tatsächlich auch selbst genug Geld verdienen. Ich glaube, da geht irgendwann das Maß an Gerechtigkeit verloren.